beide mannschaften sind bereit es geht los guter pass jetzt gute aktion jetzt geht richtig los wir haben den ersten treffer sie lassen den ball gut laufen schwer für den gegner das zu unterbinden da macht er fast das so mit diesem aber es fehlt wirklich nicht viel und hätte jubeln können da ist die chance ganz spannende szene herrlich bringen sie ja den ball blitz schnell nach vorne und dann dieses wunderbare tor machte ihn schön abgebildet da macht er fast das ohr mit diesem aber es fehlt wirklich nicht viel und hätte jubeln können weihrauch wird das jetzt gefährlich eigentlich trifft er den gut aber der ball geht dann doch einige meter am tor vorbei er ist einfach der beste mann auf dem platz drei tore eine weltklasse leistung die 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 Untertitelung des ZDF, 2020